Jahoi, meine Freunde von heute! Willkommen zurück zu The Legend of Zelda Breath of the Wild. Im heutigen Part wollen wir so ein bisschen Varuta weiterlösen, was aber nichts voranbringt. Wir müssen irgendwie auf den Rüssel kommen, Leute. So. Und das will ich herausfinden. Und ich habe ein paar Ideen. Und zwar ist die Idee doch simpel, als ich gedacht habe. Nämlich machen wir erstmal folgendermaßen. So, das ist meine erste Idee, die ich überhaupt erst habe. Die ist mir eigentlich schon im letzten Part ein bisschen aufgefallen, aber ich habe mir so gedacht, das wird nichts von der Fluglänge her. Und wir versuchen es jetzt einfach mal, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass es auch im Endeffekt nichts ist. Weil irgendwie muss man ja hinkommen. Und wenn es schon bei dem Eisblock da unten im letzten Part diese stumpfe, dumme Antwort war, hoffe ich doch heute, dass wir da auch eine Antwort finden. Wenn nicht, dann erschlagt mich. Tut's nicht. Ich mag mein Leben eigentlich noch gerade, aber... Ja. Also, mein Plan ist wie folgt. Wir lassen Varuta seinen Schwengel erstmal... Seinen Schwengel. Seinen kleinen Rüssel erstmal nach unten hauen. Genau, er zieht ihn jetzt nach unten. Und für die Leute, die sich erinnern, wir waren ja im letzten Part diesen Weg hier hochgegangen. Ui, da war Wasser. Habt ihr gesehen? So. Und... Wie wäre es mal, Marsa, wenn du einfach mal so von hier aus da rauf fliegst? Du Idiot. Immerhin ist hier sogar eine Plattform, wo du landen kannst. Und dann machen wir es ganz simpel und trauen den Rüssel einfach nach ganz oben. Da ist sogar der Stein. Das war knapp. Habt ihr auf Linksfüße geguckt? So. Dankeschön. Das ist doch sehr simpler als gedacht. Das ist mir übrigens gerade aufgefallen, als ich... Das ist mir übrigens da gerade von aufgefallen, als ich die Zeichnung gesehen hatte. Da komm ich dran. Nice. Eispfeile. Hätte ich jetzt nicht gedacht, dass ich da rankomme. Und da hinten ist das Auge. Au. Von hier oben komm ich da unten ran. Oh. Lol. Ich hab Angst, Game Over zu gehen. Ich glaube, ich habe auch schon eine Lösung. Oh. Und dazu müssen wir. Geh weg. Genau. Au. Du machst Schaden. Du machst ordentlich Schaden. Das gefiel mir jetzt gerade nicht. Das hat weh getan. Denk doch mal ein bisschen an mich. So. Uns gehen leider gerade die Sachen aus. Das ist uncool. Hier. Das gibt ein Herz. Gras. Hier. Gras. Link. Gras mochtest du doch schon immer. So. Ich glaube, wir haben die Lösung. Na, komm. Hoch und wieder runter. Und wieder hoch. Und wieder runter. Und ich hoffe, wir drehen in die richtige Richtung. Anscheinend nicht. Doch. Wir drehen in die richtige Richtung. Ich glaube, ich habe es. Die Frage ist natürlich, die ich mir gerade stelle. Darf ich das Wasser weg machen? Oder muss ich jetzt so daran? Ich gehe mal so daran. Weil eventuell könnte ich das Wasser wieder weggehen. Die Flammen könnten wieder angehen. Du hast alle Kontrollsiege gelöst. Jetzt musst du nur noch die Steuerungseinheit aktivieren. Der große leuchtende Punkt auf deiner Karte. Da musst du hin. Aber bleib wach sein. Ja. Ich kann mir nicht vorstellen. Dass hier jemand gerade sehr sauer ist, dass ich seinen Titan irgendwie übernehme. Ja, lieber Ganon. Ich weiß, es wird dir nicht gefallen. Ich merke nämlich gerade, wie hier alles auf einmal ein bisschen düsterer wird. Und dann solltest du mein Ziel sein. Und ich spüre einen Boss. Und ich spüre einen Blick auf, wie hier alles auf einmal ein bisschen düsterer wird. Ganons Wasserfluch. Warum habe ich keinen Bogen? Vergewaltigt. Nein. Oh. Ich werde verkacken. Sag bloß. Da wäre ich ja nie drauf gekommen. Wow. Er sponnt eine neue. Du bist aber krass drauf. Wow. Okay. Er hat oben eine. Was macht er da? Er portet sich. Geiler Boss. Okay. Ich habe Angst. Gut. Ich sehe gerade keine andere Lösung, weil ich keinen Bogen habe, als dieses Monster mit Bomben zu bewerfen. Und ich darf mich nicht so oft treffen lassen. Also. Abstand halten. Das ist ein Abstandskampf. So. Wieder. Ein Pixel Schaden gemacht. Wenn es so weiter geht, haben wir den Boss in 20 Minuten besiegt. He. 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 Au. Böses Monster. Hör auf, mich anzugreifen. In dem Spiel geht es um mich und nicht um dich. Ich habe nicht getroffen. Okay. Ich muss aber, sobald ich sehe, dass er werfen möchte, Abstand halten. Aber selbst Abstand bringt nichts. Er trifft mich ja irgendwie doch. Und kochen kann ich gerade hier nichts. Das ist nicht unbedingt angenehm. Ist gar nicht angenehm. Oh. Zweieinhalb. Wie soll ich dem denn ausweichen? Um Himmels Willen. Er trifft mich immer. Er hat sich die ersten Male nicht getroffen, ne? Habe ich recht? Ich will gar nicht. Ich will gar nicht wissen, warum er mich nicht trifft, wenn ich das Schild einfach so halte. Ich will es echt nicht wissen. Ich wünsche Schätze, Fall und Bogen. Der Boss wird so schnell besiegt. Wahrscheinlich wird der Boss echt schnell besiegt. Der erinnert mich so ein bisschen mit dem Auge an Goma. Der Boss hat gerade eine Schwierigkeit verloren. Aber übelst. Wenn jetzt nichts irgendwie überraschendes kommt. Dann, ja. Herzlichen Glückwunsch. Hast du gerade... Ich will gar nicht wissen, was du gerade gemacht hast. Können wir mal folgendes versuchen. Gut, das wäre ich ab. Ich möchte aber eigentlich, dass er so einen Sturzangriff macht. Genau. Und weg. Meine Mutti hat gesagt, ich soll nicht mit dem bösen Monster kämpfen. Ja, habe ich mir schon fast gedacht. Okay, das ist effektiver. Das ist deutlich effektiver, als immer nur Bomben zu werfen. Link, das hast du jetzt nicht ernsthaft gemacht, ne? Egal. Das macht nicht so viel Schaden wie alles andere. Ja, mein starker Exalschild zerbricht gleich. Aber wir haben noch genug Schilde. Ich bin gerade ein bisschen konzentriert, Leute. Er portet sich wieder. Aber, Leute. Wenn es so weiter geht, dann haben wir eine Strategie, wie wir ihn besiegen können. Und weglaufen. Was? Was, 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 was? Ich weiß nicht, was ich gemacht habe, aber ich hau gerade ordentlich rein. Alter, das war sehr effektiv. Ich habe einfach eine Spring gedrückt. Was? 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 Ich brauche kein Pfeil und Bogen. Oh. Moment, wenn ich ihm ausweiche, dem Teil hier. Was ist denn da von mir? Soll ich das Ding zurückschlagen, oder was? Nein. Ich glaube, meine Zora-Lanze ist zerbrochen. Was will er von mir? Was will er von mir? Er ist, dass ich rüberschwimme? Das hat ordentlich weh. Das hat ordentlich weh. Das hat ordentlich weh. Link hoch. Ich verstehe es noch nicht ganz. Soll ich dem Ding ausweichen, oder soll ich anders drankommen? Ich versuche die Ausweichtaktik, aber die klappt irgendwie nicht. Ich habe keinen Bogen. Moment, aber ich habe eine Idee. Okay, scheiß Idee. Du, ich halte die ganze Zeit auf, aber Madame, es passiert einfach nichts. Das könnte die Lösung sein. So. 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 Au. Ja. Das wird leider gerade ein bisschen knapp alles. Das hält mich nicht viel. Das wird alles gerade ein bisschen zu knapp. Du Arschloch. Alter. Er macht einfach beide kaputt. Es ist nervig. So. Wir sind einfach hier. Du bist mir aber eine Lustige. Du bist mir echt eine Lustige. Ja, dann muss ich das trinken. Ich kann nichts tun, Leute. Es tut mir leid. Ich habe keinen Pfeil und Bogen. Es würde mir so viel weiterhelfen, aber das Spiel hat mir einfach keine Möglichkeit gegeben, einen neuen zu kriegen. Oh! Oh! Natürlich. Ja. Die Steuerung hat gerade voll verkackt. Nein. Kletter hoch, Link. Kletter hoch. Ich habe gerade eine Lösung gefunden. Der Typ muss auch direkt übertreiben. Ich muss erst mal eine neue Waffe ausrüsten. Oh, das wird mir sehr viel wehtun. Das wird mir verdammt viel wehtun. Ich muss unbedingt Leben holen. Nein, mir geht's gut. Sorg dich nicht um mich. Yo, Kollege. Kollege. Ich würde gerne auch wissen, wie ich die aufhalten könnte. Was heißt hier drück runter, um hinter mir zu machen? Bewegungssteuerung? Du verarschst mich. Das war jetzt die Bewegungssteuerung, Leute. Das ist ein Witz. Ja, Kletter hoch. Du klettest die ganze Zeit nicht hoch und jetzt kletterst du hoch. Du bist mir ein Freund. Moment. Ich werde schon gar nicht mehr, was ich essen soll gleich. Link nach da. Und zwar schnell. Hurtig. Was macht er denn da? Ich drücke dieses Auswählen, dann drücke ich auf A und dann macht er irgendeine andere Move. Ich verstehe es gerade nicht wirklich. Ja, das war's mit mir. Töte mich. Ich will an der Stelle nicht rummeckern, dass der Boss irgendwie unausgereift ist, aber... Was heißt unausgereift? Warum kriege ich in diesem verfickten Dungeon keinen Bogen? Was heißt hier, ich soll die Teile zurückschmettern? Ich hab keine Ahnung. Wie soll ich denn den Boss nicht frontal angreifen, liebe Spiel? Du... Was hab ich denn jetzt noch alles? Ich hab alles noch. Fast alles. Gut, Leute. Ich darf mich sagen. Sehen wir uns im nächsten Part wieder. Hier an der Stelle. Wenn ich den Boss nochmal versuche. In der Hoffnung, dass ich dann einen Bogen habe. Ich werde mich jetzt einen Bogen suchen gehen. Also, Leute. Bis zum nächsten Mal. Habt noch einen schönen Tag. Bewertet den. Ich werd ein bisschen sauer, Part. Und... Masa la vista. Baby. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020